Und der neue Klasse Dörner ist verheiratet aus Elipha Welsch, Vanessa und Yannick Zifferde-Mundersbach. Gestern hatte sie schon Matchball gegen ihn, konnte ihn nicht verwandeln. Mal sehen, bis heute läuft. Bavarian Race Cup, Samstag, 1. September 2021, Corona-Zeit in Schwabach. Letzte Runde. Rundfunk 2. September 2021, Corona-Zeit in Schwabach. . . . . . . . . Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sixth round. Sixth round. Three. Come on. Come on. One, two. 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 Three. Two. 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 Three. Two. 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 Three. One, two, three. Two. One. One. Applaus 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 6. 1 1 2 2 6 6 6 7 7 8 7 10 10 11 12 13 Das ist so gut. Komm. Du weißt, okay. Jesus. Nein, nein. Oh! Kipps oder? Ja, ein Gerät. Vielen Dank.